auf neu ist eine weitere folge von let's play man nicht mit mario Kirby und das vergessene land im letzten part haben wir uns ein bissel noch mal im hub umgeguckt haben mit ein paar leuten geredet Fähigkeiten verbessert was wir theoretisch wieder machen könnten wir warten noch kurz und haben das erste level der ersten welt das erste mal wieder seit langem im first try zu 100% abgeschlossen und gehen jetzt ins zweite dem rennpisten der rennpisten rasein auch gott sie wollen das gleiches level machen dann machen wir halt erst beiden challenges ja das werden sonst 21 es häuft sich sonst so lange schaffen wir das bist du sicher schafft es schneller hammer fester drauf hammer prüfung warum ist denn der dreck jetzt hier was soll das den ich mach doch mal den dreck weg also das 3 weiß nicht sollte machbar sein also ich weiß was auf der uhr bleiben darf also 1 40 auch die häschen aber die kommen eigentlich zu dir wenn du die mal treffen würdest ich kann hilfe massi tot den tod der wilde bunker oje oje geht das gut ist die frage geht das und nicht mit der zeit weil ich soll nicht neu starten mal schaffen kann ich jetzt eh nicht mehr oder ja ich will gucken ob das danach das zieht kommt ja natürlich nach dem boss wird das kommen wenn man nicht stirbt hast du irgendwo vielleicht indem du nicht macht es weil gefühlt macht das ich dir nicht schon das war es gleich neu starten ja das muss ja viel schneller geht also die kommen jetzt zu ihr das sind ja nette gegner aber wenn die zeitlupe kommt läuft die zeit trotzdem weiter das finde ich fies das ist nicht mehr von euch also ganz im ernst das muss jetzt mal laufen ja tot 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 30 sekunden für den das hat schon viel abgezogen das war richtig krass voll wenn es noch mal machst du musst du es schaffen woher kommen habe ich ja sehr schön nächste war doch easy hätte ich gewusst dass dieser schlag so krass ist dann hätte ich ihn auch schon früher aber irgendwas haben sie vergessen es kann ja nicht ja es war halt nicht mal knapp hier mit den hasen zum beispiel habe ich auch ein bisschen das tollgeld gehabt aber auch nicht so krass jetzt aber jetzt passt also bin ich zufrieden 30 sekunden rollen rollen die stachelstraße ja einfach voran einfach durch einfach einfach machen fragen ob du langsamer wirst wenn du so viel an die kleben ist ja ich glaube ich immer kurz ins bieten ist wenn ich irgendwie gekommen aber knapp sollte hoffentlich nicht so schlimm werden wenn ich jetzt wieder für mich ein richtig gut muss halt durchgängig irgendwie kriegen glaube ich auf jeden fall am besten aber gefühlt wirst du gerade nicht so schnell ja mal wieder alles abwerfen h oha drei drei eins null knapp wieder ach Mist das ist natürlich auch nervig wenn es so mega mega knapp ist behalten und bewegen so ist das also ich weiß nicht aber von meinem gefühl her soll dich halt immer ein bisschen absetzen und dann wieder machen weil äh hä du wirst doch voll lahm wenn du so 500 was war das äh 500 Gramm Gramm Kilogramm Masse an die Ernst also schnell sieht das jedenfalls nicht aus kann mich auch täuschen das ist ja immer sehr knapp wo ist es wo ist es sieht schon besser aus 4 3 2 1 mhm oh komm um kann glaube ich nicht sprinten musst du denn am ende die überhaupt abfeuern hättest du ja nicht weiter rollen können ich weiß es nicht aber ich denke also gleich das maximum erreicht hier kürbel und das vergesse land gibt mhm natürlich da hat es wohl angefallene spiel ich weiß nicht 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 aber es konnte ich schaffbar sagen hier 2 2 ja ne so nicht mhm mhm oh scheiße ja werden will schon wieder dran glauben obwohl es unmöglich war war knapp ok hättest du ja wieder die 20 Millisekunden gönnen können ja 20 beim letzten mal war es eine ja müssen wir wohl noch mal machen mhm wie lange hast du am ende eben geboten das war ja so mhm ja deswegen überhaupt das so schlau war du kannst auch gleich stehen bleiben wenn du so du hast du halt ich sollte mal gedrückt halten das hab ich gemacht bis es abgefallen ist ja aber das kannst du doch auch von alleine lösen oder nicht ja du stellst dich soll man muss noch mal weiter rollen ja ok aber nicht am ende wo du dann so das hast du gesagt ganz am ende ach quatsch ich bin nur deinen anweisungen dann widersetzen sie sich den in diesem fällen oh guck so schon viel besser und sehr schön das stimmt nicht ja ja das ist auch wieder eine Sekunde das ist auch nicht jetzt hat der plus eine gemacht und nicht minus eine hm ja gut ja dann ab geht's ich will Autofahrt was tun sie was willst du ich will ich will was ist das willst du doch mehr Missionen machen gerne wo ich auf die Zeit geachtet nein ja brauchst du auch nicht pusten ohne Pause dreh die Windräder oh die gibt es auch hier mit das ist cool ach sehr schön das passieren schon wieder Dinge die eigentlich nicht passieren können bohling na wenn der dich jetzt nicht gleich noch stört aber wir müssen uns merken einmal treffen reicht nein ja das war schon wieder ganz gut wo wollen sie denn eigentlich hin wenn ich fragen darf überall hin man ja du musst springen hi ho ha ja, das ist das wieder gut gemacht hat wichtig wichtig weg ganz schlecht ach du meine denn dachte ich will mich umbringen seite ist das ist eine bestrafung sich sowas anpassen zu müssen Ja, dann guck halt nicht zu. Ich kann doch nicht kommentieren, wenn ich nicht sehe. Du wolltest dabei sein, also beschwer dich nicht. Du weißt nicht, schmerz. Ja, das stimmt schon, aber ich darf doch sagen, wie es ist gerade. Es sind ja die wenigen Momente, aber wenn die Momente sind, dann denke ich mir nur so... Ach. Was soll das denn? Ja, aber ich bin noch nicht am Verzweifeln, aber ich bin schon am Grübeln über den Sinn des Lebens und was die da können machen. Warum dreht das sich immer wieder um? Tja. Steuerung, mein Freund, die Steuerung. Ich weiß nicht, wie viel übrig sein muss, aber vielleicht eine Minute. Die Mitte wird nichts. Ja, kann ich dir jetzt schon sagen. Das Timing ist halt einfach nicht so, dass das irgendwie so will. Boah, ich... Hier, warum dreht sich Kirby immer wieder ins und um? Hier, warum dreht sich Kirby immer wieder ins und um? Kirby wäre wohl eine Ballerina sehr gerne, deswegen macht er das. Natürlich, das ist halt fast. Passt schon. Zeitlich ist das okay. Ich weiß nicht, wie viel er noch kommt und ich brauche nicht. Ich weiß nicht, wie viel er noch kommt und ich brauche. Ja, das ist, äh, wenigstens etwas schon mal. Wie erstes jetzt eine Minute? Ich sag's dir. Ja, haben was. Äh, 45 Sekunden. Oh, eine Minute. Oh, sehr schön. Das ist nicht... Äh, ganz im Ernst. Was ist das? Also... Das wird ins Best-Of kommen, muss man sowas wollen. Ich könnte alle ein Best-Of machen von diesen Challenges, von diesen komischen... Ja, tun sie das. Das wird passieren. Ach, das wird ein schöner Apparat, ich merke es schon. Äh. Ich will eigentlich auf die Zeit geachtet. Ah. Rollen und... Springen, Rohre und Rampen. Komm, hier kann man, glaube ich, nicht viel zu langsam sein, bis Teilung verkrampft. Tja, wenn ich... Wenn sie wüssten... Tja, ist halt Sprung-Terming. Springen. Ja, das war... Schlecht. Als ob das trotzdem noch klappen kann. Ein... Ich denke einfach mal, man darf nicht runterfallen. Aber damit liege ich auch gar nicht mal so falsch. Ey, das würde ich auch mal empfehlen, weil normalerweise... Sollte sie das jetzt schaffen. Sollte sie das jetzt schaffen. Mach' ich aber nicht. Die hat das... Ja, reineken nicht. Ah, ich Atme hat dieses volunte. Geht direkt. Ja, hat das schon rooted der eine sprung drückt zu spät und deswegen kann ich die anderen nicht mal schnell genug machen ein sich der beste weg zu besorgen der erste weg ich kenne jetzt sprich wollen dann wäre es gut wenn sie jetzt ein bisschen früher springen würden vielleicht vielleicht wird das helfen das ist nur so ein tipp von mir besser bist du jetzt so wieder zu spüren ja oh gott nein oh man ey streng sich in die bomben kommt schon das wird er versucht bam 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 oh gott du musst die bombe treffen sonst schaffst du es nicht aha muss ich wieder perfekt springen dass ich da also ich glaube das level besteht nur das perfekt springen ist ja weil manchen hast aber auch mehrere möglichkeiten weil man das stimmt schon aber lauer es wird nicht leichter zum ende sondern schwerer ich glaube wir machen keine mehr im part also nur als infofürig ich glaube wir gucken nochmal in die overworld weil ich glaube wir konnten auch irgendwas verbessern wenn ich mich nicht recht erinnahme aber ne das wird nichts das wird nur eine lange angehen vielleicht wird mir noch eins davon ich glaube jetzt ist echt nichts mehr da und dass wir selber was finden können auch das gibt es doch nicht und ob das jetzt jetzt kriegst du den schalter und übrigens nicht ich bin zu früh ich bin zu spät gesprungen ja und das lag auf spiel oder an ihn die ganze zum spiel da und sagt sie springen ich doch ich habe ja doch du bist falsch gesprungen ich bin nicht das ist aber nicht wahr ja sie sind nicht gesprungen weil sie nicht konnten weil sie es vorher falsch gemacht haben tut mir leid dass ich das nicht vorher ausgeführt habe das muss ich mich entschuldigen genau das aber heutzutage ist der alltag immer so schnell und ja manchmal klappt es halt einfach nicht gut es wäre schön wenn sie das jetzt schon danke schon ja und jetzt zeitlich nicht geschafft tut mir leid ne ja und zurücksetzen hätte man sich glaube ich echt nicht dürfen wilden modus geschafft immer interessieren was teilweise bei den anders ist bei den kämpfen vielleicht haben die anderen weniger leben oder so was wäre jetzt zum beispiel anders gewesen man weiß es nicht kommen wir gucken uns ein bisschen um ob hier noch irgendwo was ist ich glaube nicht ja ich weiß es nicht nein aber schon also wahrscheinlich sind sie noch weg ja aber nicht so wir können gut dann verbessern wir noch und dann haben wir einen anstrengenden Part hinter uns ja also wir haben wieder neues hammer aber ich fand sie doch so schön hammer chime na will er wieder reden ne ne was tun sie steigen sie den leuten aufs dach oder was wird endlich zeit dass wir das was wir auf dem kopf haben loswerden du magst also piraten dabei ich würde sagen gehen wir jetzt noch mal kurz vor das level und dann wird es da weiter gehen was wir ja jetzt schon gedacht hatten was tun sie aufsagen wenn man b gedrückt regel und forsten können wir auch ein heller zu recht forsten gehören angehämmert ja dann geht es dem nächsten partie wirklich weiter und nein ich dachte schon das leben wirklich gut aber ich hatte gefallen wahrscheinlich nächste folge von let's play kobe und das vergesse land wieder ein also ich habe wissen dass wir verpassen und leid der letzten